Hey Leute ich bin's du Mr. Zero Lp Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft so wie man jetzt hier sehen kann Tadaa Bücherregal und so alles fertig gemacht also hier oben fehlt dann noch was noch eine Reihe oder so hier habe ich auch schon mal die Bank und so eingezogen das habe ich jetzt hier nicht auf Video hier soll halt dann hier soll dann halt der andere Teil reinkommen wenn ich den See oben noch geschlossen habe das könnten wir dann auch oben mal noch machen mit dem See ach so wie gesagt gleich noch zum Anmerken 720p ihr könnt jetzt wenn ihr das noch nicht habt umschalten auf die oh man wieso komme ich jetzt hier nicht hoch toll ihr könnt jetzt auf die bessere Qualität umschalten einfach unter Einstellungen unten auf 720 umschalten dann sieht das Bild auch besser aus so oh meine ich bin immer wieder vernünftige Materialien was habe ich jetzt gesagt was wir jetzt machen ach so den Seezustopf haben wir noch nein haben wir nicht ich muss jetzt erstmal ganz kurz noch mal ganz ins Haus und machen wir noch ganz schnell eine Schaufel aus Eisen das ist uns kaputt gegangen wie man auch am Level wieder sieht wir sind nochmal gestorben weil uns ein Creeper meinte in die Luft reißen zu müssen das war dann halt nicht ganz so geil und dadurch sind wir dann down gegangen so erstmal hier die versprochene Schaufel so erstmal hier die versprochene Schaufel damit ich jetzt anfange ein bisschen Sand abzubauen mit der Musik und der Playlist ich weiß jetzt nicht wo ich es aufnehme wie ich es dann am Ende einfüge oder so mal gucken vielleicht gibt es die jetzt auch noch nicht weil ich ja immer nur KSD Beats und weil man da ja auch nicht weil man die Lieder jetzt auch schon kennt mal gucken wie ich das mit der Playlist mache ich darf ja nur GEMA freie Musik verwenden das finde ich auch sehr geil dass der gute KSDB nicht bei der GEMA ist sonst hätte ich da Probleme das dürfte ich die Musik nicht nehmen so wir müssen nämlich gleich mit diesem Sand den wir hier auch abbauen müssen wir gleich den See zu stopfen ähm kleinen Moment mal ganz kurz ähm ich ähm ich mute mich mal ganz kurz ok wieder da ich muss gar einen kurzen Schluck trinken weil ich mich gemutet dass man das nicht so hört ähm 48 blöki ja jetzt reicht das mal aus sieht hier aus mit Sand ich muss es mal vernünftig weg machen alles ne wir müssen mal die komplette Höhle da unten dicht machen das geht mir sonst auf die Nerven diese Höhle oh Gott hier läuft es auch schon wieder lang das ist nicht gut das will ich auch nicht hallo ey ah zack so ich weiß halt noch nicht wie lang wir das jetzt hier zu stopfen müssen das das heißt gar nicht erst was reinkommen kann von Bedingungen her so kurz mal in Gedanken gewesen ach egal das jetzt so und von mal unten ups dann gleich an so ach auch und auch das sieht hier ein bisschen düster aus ja jetzt müssten wir hier unten mal reingucken ups also hier ist die Schillecke ist fertig nur hier kommt halt ein Bahnhof hin da muss ich ja noch einiges machen mit vor der da hinkommt schön noch mit unserer Diamantspitzhacke wir haben jetzt auch hier haben wir jetzt auch hier überhaupt fucking ich setze es jetzt erstmal hier so hin dass man überhaupt noch was mal sehen kann was man überhaupt macht jetzt oh ja finden wir Kohle Kohle ist immer gut sowas wie Kohle kann man halt immer ganz gut gebrauchen zack das wird jetzt halt noch eine düstere Folge weil wir bauen jetzt wirklich hier erstmal projektmäßig ich habe mir auch schon nach dem Bahnhof noch was anderes vorgenommen was wir dann machen vielleicht schaffe ich da auch schon den ersten Teil den guten ersten Teil ziehen der Aufnahme Session kommt drauf an wie das jetzt hier vorwärts geht das verschließe ich gleich auch wieder hier nein weil hier geht es nicht weiter rein so jetzt tue ich ein oh hier gibt es auch noch Eisen Eisen ist auch immer gut ups so weg hiermit weg damit noch mehr Eisen so die ganze Mauer hier kommt noch weg uuuhh nicht dass gleich wasser reinkommt ich befürchte das schon uuuhh nee kommt nicht wieso kommt eigentlich von da oben kein Wasser rein keine Ahnung gut so gut dass da kein Wasser reinkommt ja da muss ich alles raus das ganze Giraffe hier bis hier hinten hin weil wir wollen ja das vernünftig ausbauen so 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 oh mein Gott so ich habe gerade was gehört was mich leichter zu verdonnern wird hier ist mir noch einen Cut zu machen so ähm ich hau und reiß jetzt hier immer noch den Stein weg ich habe es oh Gott ich hoffe ich kann das auch in mehrere Aufnahmen gleich machen noch mal gucken zeitlich auch gesehen doch ich hau jetzt mal oben auch die Decke noch raus hier einen Block so dass wir noch oben noch ein bisschen es ist so okay da kommt Wasser oben rein das blaue sah mir gerade aus wie Wasser oh yeah dann gehen wir jetzt kurz hoch und stopfen diese ganzen scheiß Legs toll super wir machen jetzt funktioniert hier muss noch eine vernünftige Treppe in dieser scheiß Leiter hier macht mich so es ist mir jetzt das mal unwichtig so oh egal ich hau mal die Monster rein so es müssten jetzt so musste irgendwo ein Loch auftauchen hier fließt es rein schön guter Mann hier einfach zu dann können wir runter gehen dann so gut stehen zu überlegen so und ich mache wirklich nur vernünftige Treppe machen hey so ich bin sehr habe ich nicht oben gerade zugemacht ach ich hasse diese Scheiß dieses diese Scheiß Wasser genau ich hasse dieses Scheiß Wasser ja die 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 ich lasse es doch so von der Höhe her hier ich hole jetzt hier noch was raus z 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 so auch Kops jetzt habe ich ein Verlauf die Fresse gekriegt ich bricht das Wasser hier wieder rein so muss es nicht das Wasser rein da hier oben ein Block jetzt wird es immer wieder unter Wasser stehen so weg damit Scheiß muss ich noch mal wegnehmen Borsten erftet das Wasser ist das schon mal besser jetzt muss ich das hier für jedes Scheiß Dings machen ja man nervig verpiss dich was an nervig hier so das muss ich jetzt auch in jeder Ecke machen das muss ich jetzt auch in jeder Ecke machen sitzen müssen und hierhin ne okay durfte gehen so immerhin jetzt haben wir noch zweimal hier so sieht man das leider nicht au ich mache es gleich so dass man es wieder sieht es hat mich gerade die Fackel weggespült die hier stand so klar also jetzt habe ich den Block mal wieder falsch gesetzt ach ne doch nicht so es ist ein zu viel mal gucken so lasse ich es jetzt und ich beende jetzt hier mal die Aufnahme wir sehen es dann erst beim nächsten Mal wieder also dann bis zum nächsten Mal ciao ciao